Das ist Erik wollen. Fiest of light nehme ich mit. Aber du darfst nicht so zögerlich mit dem Punkt sagen. Das Ding ist, wenn ihr zu früh draufschuckt bevor ich überhaupt oben bin, dann ist das halt over. Ich dachte ich hätte dich zusammen mit ihm da stehen sehen. Ja, aber ihr seid ja schon bei ihm gestanden bevor ich überhaupt dort war. Ihr könnt euch Zeit lassen, wir haben nicht Zeit. Recht da hin. Oder. Ich will ja schon mal gehen. Ich werde damit haben. Ja, ich komme. Ja. Ja. Irgendwas typisch. Kannst du meinen. Spät links. Gern. Ja. Und der Mittelfinn von extra. Vielleicht nicht mehr noch wig. NeuerAtten. Fünfzig denn. Ja. Hier sind die 70 noch ein bisschen warten. Dann hab ich noch die Healnade ab. Und das ist eben... ah... mittelschiebend. Also, also schon. Ich habe jetzt rein und dann mit Healnade weg sein. Leder bauen 5 10 3 Erik Miesters in der Mitte Ja Die Hälfte Komm schon mal hier Den dritten nicht Kann ja nicht helfen von hier Schon ja, dann noch ja, man kann es nehmen ab nur das Schwert direkt oben nechse links unten kann man auch über die Lösung links wird er tot rechts raus braucht den ja nade oder so roger ja, der roger rechts ist noch wir müssen ein bisschen warten ok, dann können wir eventuell schon mal den Ritter machen ne, ne, ne alter Code apst dich schon da ne, 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 ne du musst ja schon wir brauchen keine heilen, nade du kannst sofort nehmen krass sehr gut auch zu fast direkt tut mir leid, ich hatte keine heilen, nade ich dachte, das wäre jetzt nicht das beste ich finish jetzt selber oder machst du noch einen? eigentlich brauchen wir noch, oder? äh, schwert, schwert hab ich das wäre verbuggt, alles cool ok hier geht jetzt erstmal alle in den Haufen, ne? ja ich steh direkt neben dir, wir haben keinen Stress so, ich geh jetzt zu mir und verziehen wir rum und erst alle hüpfen, wenn ihr alle da seid wir könnt's ja callen 3 wir brauchen die Traktor, wir brauchen die Traktor 3, 2, 1 ja, ich bin da ja, ich glaub jetzt rams ok, ganz kurz warum sagen wir, wir brauchen Traktor und dann hieken wir zuerst, bevor Jan überhaupt da ist Ich hatte den falschen Spieler im Auge, deswegen. Es war meine Schuld. Nein, nein, Moment. Eine Sache möchte ich mal kurz sagen. Wir sind alle im selben Boot. Wenn wir einen Fehler machen, ist es dumm, ist es vermeidbar. Ja, aber wir müssen da nicht immer nitpicken. Äh, ich mein nur... Ja, war blöd. Ich bin ein Schnellschießer, okay? Ich oute mich, so. Aber ich hab gesehen, dass mal jemand reingesprungen ist, aber ich hatte den Namen nicht auf dem Schirm. Deswegen dachte ich, was soll der da, weil irgendjemand so offen draufgezogen ist. Ich hab's einfach nicht gesehen in dem unüberrichtenden Namen. Ja, ist doch alles gut. Das weitermachen. Prost. Ich hab nur noch die Sachen ein, die im Chat stehen. Ich hab nicht so verstanden. Ich hab zu längst Ich hab zu längst Achtung, Erik, über uns, Brotter Ja, es hat jemanden holen, ob du nehmen Kann nicht Achtung, Franz Achtung, Franz Achtung, Franz Achtung, Franz Achtung, Franz Achtung Noch nicht 50 Jetzt glaube ich 75, wir müssen auf die andere Seite Das ist schon mal los Ja Noch nicht neben Jetzt Super, warum Meine sind jetzt erst down Die Hälfte Die Hälfte Ja, ich kann es nehmen Kann es nehmen Hab ab Links oben Ja Kommt schon mal zu dir? Ich bin schon mal jung Ja, aber er kommt auch aufs Die Hälfte Dann wird er kommen Einstreng Fritter down Links auch Oder Extra Rechts unten Ich hab grad den Bumpy Ritter offen jetzt Ich lassen nur noch Ja, aber noch nicht Geht, ja Ja Die letzte sind da Kann ich für den Schweren, wenn du willst, dann Ja Habt ihr gedacht? Foto steht vorne, bei der Übersäule Geht zu Tom? Ja Gehen jetzt einfach alle mal fest da raus Das ist schlimm Ok, wir bringen jetzt hoch und fest den Brunnen Brunnen steht Start vorne, bis drauf Und durch Ich hab schon mal meine Ritter gemacht Ich hab schon mal meine Ritter gemacht, deswegen werden die Obersäule Ja, ist dran Was haben wir noch für den nächsten? Übersehende 4, 2, 3, 2, 1, weg Schauen wir mal besser Looter Damage, ja Sind sie gut geht Ja Ja Wir können es ja wirklich so machen, egal wo Krota steht Wir sammeln uns immer zuerst rechts in den Steinen Ja Ja, kommt drauf Ja, rechts oder links Wir finden den Spawn, das steht dann Was sagt der Warrior? In so einem Spawn steht Sammeln uns nicht Nein, ich mein ihn in den fucking Cake So, treffert So Droger kommen jetzt übrigens So Droger kommen jetzt übrigens Kann ich dabei Kann ich Warte Schön Kann ich Warte mal rein schrauben Die Hexe einfach Die Bodycarp macht Die Bodycarp macht Wie weit bist du Niklas? Fast voll, rechts schnell Hin Kannst du die direkt nehmen Ich hab grad zu sehr mich auf die Hexen lehnt Also Geht Geht Alle Hexen tot Sehr gut Wir können jetzt das zweite Schreck vorbereiten Droger kommen Noch nicht Jetzt Du weißt doch die Noch nicht Ja Ja Dreiviertel Erik Ja Nach links oben Jo Schwerträger auch in der Mitte Kannst du nehmen Ab Thomas, wir sind dann rechts oben Jo Der Schwert ist im Spawn Ich bleibe dann gerade um Hab ich Ich bin bei der Hälfte, Thomas Kannst du mal rechts oben Ich bin aus Ein Hexe ist dann noch Priest in der Mitte Die 55 hat nicht Ah ja ich sehe sie, ich versuche den Flex mitzلك zu finden Ich komm mit der Natori Kannst du weg Ich bin aus Die Hexe tot? Ja Ist er links tot Unter der rechts auch Der rechts unten müssen wir Abgehen Ja. Nach dem Springer. Sorry, ich muss Panic Riffen. Alles gut, alles gut. Mach Litz. Wir halten den Finisher-Range für dich. Schauen wir. Immer lange aber ich muss gleich den Brunnen machen, ne? Ich kann den ersten machen, ja. Ne, ne, ich mein den zweiten. Tom, ja? Ich weiß es nicht, ob ich den hab. Dann mach ich den zweiten, alles gut. Okay, pass auf. Sammelt euch erstmal. Wir können auch erstmal alle kommen, alle zu uns erstmal erstmal. Wir haben gewisse Zeit. Ähm, ja, okay, ich bleib aus der anderen Seite gespielt. Ja, er bleibt dort, okay. Okay. Ich komm jetzt gerade zurück. Okay, jetzt rauf und feste mit dem Brunnen. Andere rückte den Brunnen und stört. Hin. Rauf und runter und gib ihn. Sehr schön, sehr schön, Jungs. Sehr schön, Jungs. Sehr schön, Jungs. Lass uns zurückziehen, warum kommen? Wolle klar, ich schätze so. Dein Brunnen, vorsichtig. Lass uns weg. Lass uns weg und Fuzi die PS machen. Übersehen, Übersehen, Übersehen. Das ist gut sein. Alles gut sein. Alles gut sein. Alles gut sein. Sollten wir den kriegen, gleich. Ja, das sollten wir machen, weil... Ja, Brunnen, was überlegen. Ich hab schon wieder gefickt. Ich hab meine gewisse Mütze. Darfst du den Brunnen dann nicht setzen? Alles gut. Ich wär gestorben, sonst mit Schwertdraft. Ja, ja. Ich wollte keinen Schwertdraft verlieren, Fuzfeinde. Ja, ja. Es sollte jetzt halt nicht... Nein, ich bin vorsichtig. Mhm. Mhm. So. Ich kann jetzt wieder nicht klären. Ich brauch M auf. Kannst die Ritter nicht machen, aber ganz gut. Ja, es wird klein. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja. Also meine Ritter sind schon tot, ne? Ja, also... Ja, ja. Ja, der ist ein Schwertdraft. Ich komm hier jetzt schon mal hin. Ich hab's jetzt wieder raus. So. Wie weit, Niklas? 50. Mhm. Dressen wir nochmal bei der einen Hexe hier. Danach können wir abgeben. Okay, ich hab 75. Zweimal noch. Ja, schöner. Zeit. Und hin? Nimm die Luft. Ach, was denn? Oha, oha, oha. Nimm die links neben dir als ne Heilsfeld. Unheil, ne. Ich kann nach links. Oha, oha, oha. Ja, ich steh ihn dann. Was? Rechts Oger vor. Links Oger vor. Ich bin dreiviertel, Erik. Aua. Ja, ja, alles gut. Er hat nichts verloren. Kommst vor. Ich hol Thomas. Ich hol Thomas. Warte noch kurz. Oha, ich hab die Hexe und so. Und jetzt. Ab. Ich bin mit ihm die Hexe. Alles gut. Dann sind wir neben. Ich muss hoch in den Turm, ne? Rechts oben. Ja. Haben wir den zweiten Ritter schon da? Ja, ich mach den gerade. Okay. Rechts oben, ich sehe es Thomas. Ritter ist down. Ich bin bei drei Viertel. Komm. Oh, wie gut. Ja, ja. Alles gut. So, wir können ja spawnen. Ach, was? Linker Turm, Ritter tot. Kannst du nehmen. Perfekt. Hexen aufpassen. Hast du noch das zweite Schwert? Ja, ne? Hab ich in der Hand, ja. Ich muss spawnen. Erik Ritter. Hast du, ja. Okay, okay. Ich dachte, das ist schon wieder endlos, oder? Jan? Du musst gleich abnehmen, ne? Ja, ich weiß. Weiß du da, wo du zwanzig. Wollen wir Ritter strämen? Ja, ja. Ich geh grad rechts oben. Die Ritter, sorry. Das dauert ganz kurz. So, ich geh ab, Jungs. Wir brauchen noch das letzte Schwert. Ja, die Oga sind noch nicht da. Ja, jetzt kommen sie, jetzt kommen sie. Foss, Fischl. Jungs. Ja, ja. Ich kann nicht so auf Special mehr brauchen, den Traktor brauchen, aber... Ja, kurz dann kann ich ja währenddessen wieder nachkommen. Das letzte Schwert? Ach ja, liegt da. Ich hab da... NEIN! Jemand muss das Schwert nehmen, ich hab Scheiß gebaut. Wir werden nicht zählen können. Echt? Ich glaube nicht. Ich bin ready. Sind alle da? Ja. Ich geh jetzt in den Brunnen dazu. Warte, noch Taco. Das war zu früh, glaub ich. Ich hab's mal. Übersehle muss den Brunnen brauchen. Jaja, ich hab... Wenn wir ihn vorher in den Final Stand fliegen, brauchen wir das nicht. Jaja, wir haben leider jetzt keine Filme gemacht. Ich hab, ich hab... Versuchen wir's einfach. Wir gehen in den Brunnen, Brunnen, Brunnen. Ich versuch sie übersehen, da rauszuzählen. Und wieder ran. Ich stelle well. Da mith, Alter. Noch ein well. Ich geh jetzt. Übersehle. Ist... Ich geb den. Jetzt fick den. Komm, wir haben sieben Sekunden, komm ran. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Mann! Der Schnellmann! Schnelles Ding. Nice, Leute! Ja! Ja, ja, ja! Huge, Alter! Oh mein Gott! Wir müssen ihn einmal schaffen, danach lässt es... Oh mein Gott! Ja! Oh mein Gott! Ja! Das ist eine Arbeit von 30 Minuten grad. Das ist so lächerlich, wirklich. Der Scheiß... Wir müssen wirklich rum. Gut gemacht, Jungs. Gut gemacht. Tschüss. Ei, ei, ei. Aber der Triumph ist bugt. Jesus! Das darf doch nicht wahr sein! Alter! So, jetzt noch ein zweites Team durchziehen. Wer ist dabei? Der löscht ich! Ja, unser. Da werden wir nicht mal den Triumph bekommen. Ja, das Buggy ist so ein Fan. Aber werden die das im Nachhinein noch fixen? Hat dann hier noch nichts zugeschrieben auf Twitter. Ja, was ist denn... Moment, was ist denn da mit unserem Symbol? Ja, da ist ja das Ding. Achso. Aber ich glaube, es hat noch keiner, oder? Das Symbol. Ich glaube ein paar bei 90% Wax rum. Wir haben es auf jeden Fall fucking nochmal geschafft. Ja, es steht ein Punkt dort. Also... Wir werden auch getrackt und so. Wir sind da auch alles... Das ist alles safe. Nein. Vielleicht kauft alle eine Waffe als Bestätigung, dass du hier fachst. Wir haben anderthalb Stunden mehr zur Hexe und Co. gebraucht. Oh Mann, ey. Ich habe noch ein CP. Nein. Lösch dich mit deinem scheiß CP, Alter. Mach dir scheiße, ey. Das ist unsere Pause, Alter. Also, wie du dich das anhörst. Wir könnten wirklich den CP nochmal probieren, ob es dann sich entwackt. So ist es nicht. Nein, tut es nicht. 100% nicht. Das ist ein normal CP. Alter. Ich habe doch den CP hier. Ja. Sascha schreibt gerade, er würde Contest gerne mitmachen. Ich weiß gar nicht, ob du ehrlich... Rein hier in die Challenge... Man kann nur den Contest Swap sein, wenn man normal geschafft hat. Ja. Ritz hat es auch... Viermal hat der Cota auf Challenge geklärt. Und er hat den Triumph nicht bekommen. Wir machen das nicht nochmal. Wie auch das Willen, Alter. Ich glaube, die Patchen... Ich war doch die ganze Zeit mit den Jena die Tränen fallen. Ja, ja. Aber es wird wirklich so sein, dass der weitere Queer das nicht bringt. Wir haben jetzt die Bestätigung, ja. Ja, ja. Die werden das im Nachhinein... Die tracken, dass er die Kunde auf welchen Platz und so gemacht hat. Das ist so wie bei Dingen. Bei Rolk. Da hat es auch erst im Nachhinein das Problem gegeben. Ja, ja. Wir werden es nicht mehr ziemlich sicher. Erik, 38, Niklas, 38, Tim, 46, Tom, 41... Oh, ich hab die Übersäule so rausgezogen. Das stand zu einer Sekunde, wirklich. Ich hab am Ende echt nochmal... Guter Shit. Guter Shit. Weißt du, was das dümmste gerade war, wirklich, dass jemand anders das Schwert nehmen musste? Es ist wieder der scheiß Schwertwack von gestern. Ich hab's um 100% schlecht zu sein. Wenn er heilmäßig schmissen und gleichzeitig aufgenommen wird, und du nimmst das Schwert nicht auf, aber dein Watt ist. Ich hab das Gefühl, der Bug passiert dann, wenn du das Schwert aufnehmen willst und aber gerade noch irgendetwas anderes machst. Ja, ja, das hat Glück gestern auch in den Chat geschrieben. Ich hab dir ja Heroisch gegeben. Ich hab dir auch was gegeben. Mir ist es aufgefallen gestern, wenn ich den Schwerträger gefütischt habe, er dabei schon gestorben ist, und ich hab das Schwert aufgesammelt. Ja, ja, genau so was ist es. So, auf dem Turm, let's go. Wir brauchen nie wieder frustriert sein, wenn wir es nicht schaffen, halt. Wenn man 20 Stunden da hat, dann noch so ein Comeback ist. Tausendmal geilere Sache. Ich kann meine Erbsensuppe essen. Ah, ne Wunsch. Und danach auf dem Klo hängen, Alter. Dann ist diese Barriere durchbrochen und danach... Ich danke übrigens, dass keiner aus...